Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich drehe heute mal einen Q&A. Und zwar habt ihr mir ziemlich, ziemlich viele Fragen auf Instagram gestellt. Das sind jetzt schon 3595. Ich werde die jetzt beantworten, also nicht alle, sondern ein paar. Und ich hoffe, dass eure Fragen dann beantwortet werden. Und ja. Also Marv-Styla-Marv fragt, wie hast du Caroline Acker typisch Caro kennengelernt? Ähm, wir haben uns durch Instagram kennengelernt. Wir, also sie hat ja früher auch so eine Comedy-Seite gemacht und dann haben wir halt geschrieben. Und dann WhatsApp und dann haben wir halt Nummern ausgetauscht. Und dann irgendwann haben wir uns halt getroffen und jetzt sind wir befreundet. Ja. Vivian 17.9 fragt, hast du schon mal deine Haare gefärbt? Nur die spitzen immer. Also ich hatte, in der Grundschule hatte ich immer so eine Strähne so blau oder pink. Dann hatte ich mal die Spitzen in Rot, in seinem Bein Rot. Und jetzt habe ich die Spitzen ja so ein bisschen blondiert, also heller gemacht. So, ombre. Weil ich meine Haare immer so langweilig fand. Und früher hatte ich ab normal helle, blonde Haare. Aber irgendwie werden meine Haare immer dunkler. Keine Ahnung warum. Hello.itz.sara hat gefragt, warst du schon mal betrunken oder hast du Drogen genommen? Nein. Warum sollte ich betrunken sein und Drogen nehmen? Wo bekomme ich bitte Drogen her? Und ich habe doch nicht getrunken. Okay, doch, ich habe ein Bier bei Ines so gesagt. So, und sie soll mal probieren. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber das hat voll lecker geschmeckt. Aber wir haben auch nur einmal so probiert, so ein ganz kleines bisschen. Also, nicht viel. Und früher habe ich auch so mal ein halbes Glas Sekt oder so getrunken, weil ich dachte, das wäre Apfelschorle. Kennt ihr das, wenn Apfelschorle in einem Glas ist? Da steht da dann irgendwie so eine Nacht oder so und dann ist es so ein bisschen blasser. Und so sah das halt aus. Und dann dachte ich, das wäre Apfelschorle. Aber das war's nicht. Steffi unter Strich Lisa fragt, hast du eine Freundin, die du schon länger als sechs Jahre kennst? Ähm, ja. Das ist die Ines und Lena. Ja, mit den anderen habe ich sonst keinen Kontakt mehr. Auf jeden Fall kann ich die schon sehr lange. Marie unter Strich J Punkt unter Strich fragt, wenn du dich entscheiden müsstest, ähm, Starbucks oder McDonalds? Starbucks. Ich mag McDonalds. Ich mag McDonalds nicht wirklich. Weil ich hab mal gesehen, wie diese Tiere da geschlachtet werden. Auf YouTube könnt ihr ja auch mal anschauen. Wenn euch das interessiert, aus ihr eräkelt euch zu sehr davor, dann würde ich euch raten, das übernicht anzuschauen. Unter Strich Unterstrich Pony Rider Unterstrich Unterstrich fragt, wie sieht dein Profilbild in WhatsApp aus und dein derzeitiger Status? Mein Profilbild ist gerade das hier. Und mein Status ist einfach nur Beep. Interessant auf jeden Fall. Katja what else fragt, hast du Haustiere? Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Und ja, hab ich, ich hab ein Mischweinchen, das ist da hinten. Da. Und dann hab ich noch zwei Hunde. Die kann ich jetzt nicht zeigen, weil die kann ich nicht auf den Arm nehmen oder so. Und die Kamera geht in die Richtung, grad nicht nach unten immer so. Ja. Marie Unterstrich J Punkt Unterstrich fragt, hat sich bei dir viel im Leben geändert, seitdem du so erfolgreich in dem, was du tust, geworden bist? Ähm, eigentlich nicht. Ich wüsste nicht, was sich da auch ändern sollte. Oder was sich ändern kann. Also eigentlich nicht. Adrian Unterstrich Unterstrich 2323 fragt, wie alt bist du? Ich bin vier zehn. Yay. Marie Unterstrich J Punkt Unterstrich fragt, kriegst du manchmal in der Schule blöde Kommentare? Also, ich werde, also mir wird Melina hinterher geschrieben, so, du bist doch die YouTuberin oder die machen diese Musical.lys Bewegungen nach. Aber das stört mich nicht. Weil mir ist das relativ egal, mein Gott, sollen die das halt machen, sollen ihre Zeit damit verschwinden, wenn die keine Hobbys haben. Also, anscheinend nicht. Und, ja, also ist das auch mit Hatern so. Mir ist das egal. Die sollen sagen, was sie wollen, ich höre eh nicht auf. Und, ja, HXVNNAH. Keine Ahnung, wenn man das ausspricht, tut mir leid. Ähm, Adidas oder Nike? Adidas. Im Moment bin ich irgendwie voll Adidas süchtig, ich weiß nicht warum. Tomomi Unterstrich Bilur fragt, magst du deinen Namen? Ja. Also, Melina, ja. Und falls es auf Instagram gerichtet ist, auch. Also, ja. Yvonne Unterstrich Graber. Graber fragt, Insta oder Snapchat? Ähm, Instagram, da bin ich auch aktiver. Und Snapchat mag ich auch, aber ich mag Instagram mehr. Unterstrich Punkt Misses Punkt Unterstrich Maya Punkt Unterstrich fragt, lieber Macis oder Subway? Ähm, ich war noch nie bei Subway, aber ich glaube, das ist auch nice. Und Macis mag ich nicht mehr so sehr eigentlich, dann eher Subway. Auch wenn ich da noch nie war, aber alle reden davon gut, also mag ich das jetzt einfach mehr. XgirlX fragt, magst du Schnittlauch? Ja. Elin.01, wie groß bist du und modelst du? Love you so much. Ich liebe dich auch. Und ich bin 1,65, 1,66, bin ich mir grad nicht sicher. Oder 1,67, keine Ahnung. Und nein, ich model nicht, weil, ähm, ich hab nix besonderes an mir. So heißt es doch immer, dass man irgendwas besonderes haben muss. Dagmara Place fragt, wie geht es dir? Mir geht es sehr gut. Danke für die Frage und ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Weil dann geht's mir auch gut. Und, ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Das Video geht nämlich schon 13 Minuten und ich muss es noch schneiden. Und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Und, ähm, wenn ihr mehr Q&As haben wollt, dann schreibt mir das in die Kommentare, denn dann drehe ich mal öfter so welche Videos. Und, ja. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, da bitte ich. Ciao.